Oh Gott, der hat uns! Oh, ist das ein nerviges Drecks, finde ich. Okay. Alle drauf da, alle drauf da, alle drauf da. Es hat sein Fail verloren. Und es ist platt. Wir haben jetzt eigentlich schon relativ viele Verluste gemacht. Muss man so auch mal sagen, das hat uns schon wieder. So, jetzt alle auf ihn, drauf. Nein, der wäre fast platt gewesen. Jetzt alle drauf! Jawoll! Das ist ein kacktes Scheißviech. Okay, ich steh mich mal hier hin. Ich komme jetzt mit den Gifties nach. Wir brauchen die Gifties, um hier den Weg weiter frei zu machen. Das ist schon wieder so ein fliegendes Kackteil. In Pikmin 1 haben die ja noch die Pikmin geschnappt und wieder eingepflanzt. So scheinen die wohl nur, den Käpt'n zu schnappen. Also uns in diesem Fall. So, dann grabt ihr mal. Oh Gott. Grabt ihr mal kurz nicht. Da brauchen wir alle Pikmin für. Da kommt gleich wieder das Gift, aber wir kurz wegmachen. Okay, da geht's weiter. Alle drauf! Nicht beim Ausgraben auf das Kackviech da oben! Okay, wartet mal. Dann tragt man erst mal das hier weg. Der scheint es ja nur auf uns abgesehen zu haben und ich auf die Pikmin. Dann brauchen wir ihn ja vielleicht gar nicht zu besiegen. Wenn der in oder drinnen seiner Höhne rumfliegt... Machen wir es doch mal kurz so. Nektar! Trinken, meine Pikmin! Trinken! Das ist diese komische alte Telefonscheibe hier. Gehen wir dann auch zurück. Die ist 100 wert und der Name ist Jugendstil-Tisch. Natürlich. Für bis zu 10 Personen, wie es aussieht. So, alle da. Schauen wir mal. Das fliegt halt in der Ecke. Wie gesagt, brauchen wir ja gar nicht. Besiegen. Wir wollen uns lieber direkt gegen den hier. Drauf da! Mach dir platt! Was weiß ich, habe ich gesiegt jetzt. Aber er ist zumindest erledigt. Einmal hier hoch. Nein, komm zurück! Ah, da hinten ist das Klebeband. Nein, ich glaube, er hat einen gefressen, oder? Ah, dieses Scheißbief. Okay. Ich will da gar nicht hoch. Sollen wir dieses Klebeband zurück transportieren? Dann sollten wir dieses Gebiet hier auch gecleared haben. Wir können dann weitergehen. Moment. Achso, ja, die Zahl da dran stimmt natürlich nicht ganz. Es sind keine 56. Es sind 16 plus 4 lila, ne? Und damit sind das die 20, die uns noch fehlen. So. Klebeband. Oder erschöpftes Klebeding. Und damit diese Ebene auch schon mal gecleared. Allerdings neuen Pikmin Verlust gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das Ding haben wird. Auf jeden Fall könnte das tatsächlich enger werden. So, tiefer vordringen. Spiel wurde gespeichert. Mysteriöses Gebiet Sublevel Nummer 2. So, alle mit. Sieht weder elektronisch, noch feurig, noch... Kifftig aus hier. Mach ich erst mal den Platz, weil er ist noch gut geballert und jetzt auf ihn drauf. Oh, oh. Bombe! Scheiße! 20 Stück bei der Bombe draufgegangen. Um Gottes Willen. Ja, das können wir eigentlich schon vergessen. Dieses... Diese... Dieses Gebiet ist nicht mehr schaffbar für uns jetzt. Im aktuellen Zustand. Ach, das Ding wirft diese Bomben. Ich verstehe. Deswegen ist die eben dann auch plötzlich losgegangen. Ich komme jetzt auf gleich. Okay, alle weg. Alle weg. Blauer rennt erst nochmal... Der rote rennt erst nochmal dran lang. Kein Ding. Geht der nur gleich hoch, die Bombe rennt man ja am besten nochmal dran vorbei. So, haben wir wieder zwei verloren bei dem Viech. Das Problem ist, wir haben dafür noch keinen Schatz bekommen. Das war alles umsonst da hinten bislang. Kann sich damit nicht selbst mal in die Luft sprengen? Nee, leider nicht. Okay, zurück, Leute. Zurück. Zurück. Super. Also gleich 40 von unseren 100 Pikmin sind tot. Oh, das ist wieder so eins, was ein Pikmin schnappt und nicht uns. Interessant und das da hinten ist jetzt auch tot. Super. Nur noch 62. Die gehen jetzt nicht so hoch, oder wie? Die erste Bombe war halt die heftigste. Oh Gott, die gehen doch so hoch! What the fuck? Warum gehen die denn jetzt doch hoch? Hä? Warum? Ich hab da nichts gemacht. Ich stand da eine halbe Stunde neben, nichts passiert. Und genau in der Mitte nehme ich mich nicht mehr. Damit rechte ich die einfach hoch. Zentrales Netzwerk, äh, Netzwerkzentrale. Ja, super. Also wir haben hier gerade eben mal 90 Pikmin verschwendet in diesem Ding. Und sind erst in Submware zwei. Das Ding wird mindestens sieben haben. Könnten mich alle mal. Wir haben nicht mal mehr genug Pikmin, um das Ding nach Hause zu transportieren. Dann sag ich auf Wiedersehen. Wir können leider nichts mehr tun, meine Liebe. Können wir das irgendwie verlassen? Nee, dazu brauchen wir so eine Aufwärtsdingens, ne? So eine Düse nach oben. Wir werden hier sterben. Wir werden das erste Mal Game Over gehen in diesem Display. Aber wir können nichts dagegen tun. Wir können nicht mal mehr alle Dinger schleppen, wenn wir nur noch 16 Pikmin haben. Und wir haben auch nicht genug zum... Nachtransportieren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie uns gleich wieder vermehren. Und das ist doch alles scheiße, ist das. Ich will jetzt einfach so lange hier durchrushen, bis ich entweder gestorben bin oder bis ich eine Fontäne nach oben finde. Diese Bomben sind ja mal mega asozial gewesen. Na sicher. Und dann kommen ja auch gleich diese Riesensteinspucker. Das hier wäre dann das Feuerlevel. Okay, super. Läuft. Ja, da kann man mit 15 Pikmin nicht viel machen. Selbst wenn ich die alle besiegen würde, da hätte ich dahinter wahrscheinlich eh nicht genug Pikmin, um die Schätze zum Raumschiff zu tragen. Also... Ich rusche jetzt hier einfach so lange durch, bis ich hoffentlich eine Fontäne nach oben finde. Und dann machen wir den Rest hier beim nächsten Mal. Soviel zu... Das können wir alles an einem Tag schaffen. Mhm. Leck mich. Ja, da ist eine Blüte. Da sind sogar zwei weiße Blüten. Da sind sogar drei weiße Blüten. Und da ist eine Fontäne nach oben. Vielen Dank. Hier kann man also quasi als Zwischenstation seine Pikmin nochmal weiß färben. Sublevel 4 ist also quasi nur... Hier gibt es auch keine Schätze. Gut. Sublevel 4 ist also quasi nur so eine Zwischenstation, wo man rein theoretisch nochmal Gift nachfrischen kann. Falls man nicht genug dabei hat. Merke ich mir. Also Sublevel 2 haben wir fast fertig. Da müssen wir nur das Zahnrad wegbringen. Sublevel 3 waren nur diese Steinschussviecher. Und Sublevel 4 war nur Entspannung. Das heißt, wenn es so 7, 8 hat, dann haben wir die Hälfte jetzt schon fast geschafft gehabt. Also so schwer ist es dann nicht, wenn man nicht wie ich einen Blöder in die ganzen Bomben reinrennt. Ansonsten ging es ja eigentlich. Gut. Wir nutzen mal die restliche Zeit, um die Verlusten hier so ein bisschen in Grenzen zu halten. Weiße haben wir natürlich am meisten verloren. Und die da, ne? Vor allem die Weißen haben aber 20 Stück von mitgenommen. Wie viele haben wir jetzt noch? Zwei! Oh Gott! Wir haben nur noch vier Weiße. Okay, gut, dass das eine weiße Station ist. Auf Level 4. Das waren ja, glaube ich, drei weiße Blüten. Das heißt, 3 mal 5. Wir können auf jeden Fall mindestens 15 Weiße danach produzieren. Und den Level 1 müssen wir ja nicht mehr viel erkunden. Dann müssen wir nur noch den Eingang freischaufeln. Fuck. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte gelb oder rot und kriegt meine Malle blau. Scheiß Viecher. Tragt schneller, ich habe keine Zeit. Doch, wir haben genug Zeit, aber ich will keine Zeit mehr haben. Eigentlich wollte ich jetzt schon auf dem Weg sein zum zweiten. Also, wenn ich hier raus bin aus dem Ding, wollte ich eigentlich auf dem Weg sein zum zweiten Dingens. Und wieder ein blaues ist. Ich muss einfach nicht. Ah, die hat jetzt... Ohne Worte. Ohne Worte. Jetzt bringen die das Blaue ins Gelbe und das Gelbe ins Rote. Wie gesagt, ohne Worte. Ohne Worte. Die pure Dummheit eines Pikmin kommt immer wieder zum Vorschein. Ich will da nichts... Ich habe Pflücken gesagt. Boah. Das gibt mir das Spiel aber gerade so richtig auf in Nerven. Da rennen wir hier noch einmal rum. Schnappen wir uns nach dem Zehner da vorne. Und dann sagen wir auf Wiedersehen zu diesem schlimmsten Tag in unserer Pikmin-Karriere. Wenn wir das Ende von Pikmin 1 mal außen vor lassen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal geht es ja eigentlich. Wir müssen ja in dieser Bomben-Expedition müssen wir eigentlich nur noch das Zahnrad wegschleppen. Dann haben wir ja alles. Also in dem Raum, in dem fast alle gestorben sind. Und im ersten Raum, wo wir die Gift-Pikmin brauchen, die wir jetzt ja leider nicht mehr so haben. Wir kriegen wieder Blau. Das kann nicht wahr sein. Wir haben nur Rote und Gelbe Pikmin da. Und wir wollen auch keine Blauen haben. Und das Einzige, was wir aus jeder komischen Knospe rausbekommen sind, sind Blaue. Ich habe jetzt sechs Knospen zerstört. Und davon sind fünfmal Blaue dabei gewesen. Jetzt kriege ich fünf statt 15 da raus, oder was? Toll. Super. Also nicht mal das haben wir geschissen bekommen. Schmeißen den ganzen Rest einfach mal rein. 84 ist okay, auch wenn wir vorher über 100 hatten. 56 geht so, auch wenn wir vorher über 80 hatten. Und 4 geht gar nicht, obwohl wir vorher über 20 hatten. Naja, schlimmster Tag der Pikmin-Karriere geht zu Ende. So, ganz im Menü. Zum Sonnenuntergang. Los. Können wir mal springen. Kennen wir alles. Kennen wir alles. Raus ins Weltall. Und dann sage ich von dieser Offenbar-Session erstmal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn, ja. Jugendstitisch, unsagbare Wunderberg, Nutzwerk, Zentrale, Schöpfe, Klebedingungen und so weiter und so fort. Naja, also wie gesagt, wenn alles... Oh Gott, wir haben echt nur einen roten verloren. Gut, die roten sind also ganz klar gegangen. Haben wir nur einen roten verloren. Bei dem gelben haben wir einige verloren. Aber die weißen sind halt der Horror, ne? Neun und... Ne, nicht neun und zwang. 27 weiße haben wir verloren. Das ist... Hä? Das geht gar nicht. Wir haben 60 Dinger insgesamt verloren. Über 60 Pikmin verloren. Und die weißen sind dann wirklich der Horror, wenn man die nicht einfach so nachzüchten kann. Die Viecher sind eigentlich ganz nett. Wenn wir die Schulden los sind, baue ich für sie vielleicht einen Unterstand. Was denken sie? Ich denke dazu gar nichts. Hat die Fresse. Ich bin gerade genervt. Ja, die weißen sind wirklich heftig. Der Rest ist eigentlich egal. Vor allem hier mit dem Zehner und dem Parfumler am Anfang, wenn man da ein richtiges Timing hat. Da kann man auf jeden Fall die gelben und die blauen und die roten relativ gut vermehren. Ich glaube, ich vermute mal, dass das Gebiet, in dem wir gerade eben waren, so sechs oder sieben oder acht maximal Ebenen haben wird. Was halt wiederum bedeutet, die Hälfte hatten wir schon geschafft. Und ja, in den Explosionsdingen müssen wir eigentlich nur noch eins von diesen Explosionsfliegeviechern wegballern und dann das Zahnrad zurück zum Raubstift transportieren. Dann können wir direkt in Ebene 4. In Ebene 4 waren, glaube ich, drei oder vier von diesen Steinschussviechern, aber nur ein Schatz oder zwei. Auch die sollten wir relativ schnell transportieren können und dann sind wir schon wieder da, wo wir die weißen vermehren können. Also das sollte eigentlich ganz schnell gehen. Ja, und wir haben auf jeden Fall über der Erde abgeschlossen. Dann sollten wir das mysteriöse Gebiet hoffentlich in der nächsten Aufnahmesession abschließen. Und wenn alles gut läuft, in der nächsten Aufnahmesession auch noch die Grenzlandhöhle. Und dann haben wir halt die leichten 50% dieses Spiels geschafft. Und in den leichten 50% dieses Spiels habe ich schon ordentlich verkackt. Also Pikmin 2 ist ein echt, für mich persönlich ist es ein echt hammerschweres Spiel. Es gibt sicherlich auch Leute, die können das mit Leichtigkeit durchspielen beim ersten Mal. Also für mich als Blind Let's Play ist dieses Spiel echt hammerschwer. Und ich will gar nicht wissen, was in der mythischen Quelle und da oben im Herbstgebiet noch kommen wird. Das wird, glaube ich, echt nicht schön. Deswegen bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir das tatsächlich hundertprozentmäßig machen können. Aber ich werde das mein Bestes geben. Wir haben ja noch ein paar neue Viecher, die möchte ich gerne nochmal kurz anschauen. Das war den Pelzpunktkäfer. Und was mir jetzt mir gar nicht aufgefallen ist, ist, dass man mit Plus die Onimars Notizen aufrufen kann. Das werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal einfach mal machen. Hier haben wir noch den lahmen Klaugkäfer. Hier haben wir den Torkin, den Bomber. Hier haben wir ja eben alle in der Höhle getroffen zum ersten Mal. Und dann schauen wir uns nochmal die Schätze an, die wir neu haben. Das ist einmal hier die Netzwerkzentrale. Jugendstiertisch. Hier ist das schöpfliche Klebeding. Das unsagbare Wunderwerk. Ich verstehe es immer noch nicht, warum manches blau ist und manches gelb. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte ja erst, dass es heißt, die blauen sind an der Oberfläche gefunden worden und die gelben nicht. Aber das Ding hier, dieses erschöpfte Klebeding, das haben wir ja auch in der Höhle gefunden. Daran kann es also nicht liegen. Diese stachelige Leckerei haben wir, glaube ich, schon zwei von gefunden, ne? Mindestens. Vielleicht sind auch die blauen einzigartig und die gelben gibt es mehrfach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Netzwerkzentrale oder diese Jugendstiertisch hier, dass es die mehrfach gibt. Die sind ja auch sehr einzigartig aus eigentlich. Ne, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Mich würde es wirklich sehr interessieren. Warum jetzt manche Sachen halt gelb sind und manche blau. Egal. Wir schauen uns beim nächsten Mal das Journal von Olimar dazu an. Und gehe ich einfach zurück zur Gebietswahl und sage, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Könnt ihr doch mal ein bisschen was Feedback zur Mikrofunkqualität da lassen. Aber wie gesagt, wartet damit am besten noch mal ein paar Tage, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Weil Menschen sind gewohnt als Tier und so weiter und so fort. Da habe ich am Anfang schon gesagt von dieser Aufnahmesession. Mikrofunkqualität sollte jetzt auf jeden Fall besser sein, wenn ich es nicht komplett verkackt habe. Wir sind soweit durch. Ja, bis zum nächsten Mal.